50 Feinde-Plattnahrung. Wetten, ich schaff' mehr! Hm, weiter. Angriff. Ein bisschen anzulecken. Was soll's? Weiter! Stimmt. Der ging ja durch den Baum, kann ich nicht schlagen. Taubel ist alles in den Baum. Wenn das klappt. Dann, äh... Ach, keiner. Einfach ein Haufen erzählen. Zweifelsfall immer die Sehlen auf dem Kugel. Und wenn Sam und Erbsen hier nicht mehr dafür. Das tut's meistens. Stirbt. Werden Fallen überspringen. Werden Fallen zum Hauern. Wo ist sie eigentlich? Springe! Töte denn? Ach... Töte denn? Nieu... Sterb. Nieu... Sterb auch. Au! Jetzt stirbt er's nicht. Der ist ja kamerlos. Boah! Au! Scheiße! Die Feen haben die sich verdeckt! Die Feen haben die sich verdreht! Ja, du, ich hab' noch nicht schaden. Sterb! 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 Nieu... Wow! Das ist verklapp'n. Stirbt aus! Was? Halt dort um! Boah! Wie viel... Oh, der wollte... Der wollte... A und B. A und B. A und B. A und B. Also, viel zum Labern hatte der auch nicht. Aber dafür war ein Geschenk von B. Finde ich aber nett. Echt sozial von denen. Huh! Just made it! So... Ein bisschen vor anderen Ranglisten. Brauchen wir gar nicht zu versuchen. Vor anderen Ranglisten sind genau das, was man nicht unbedingt braucht. Es gibt immer Suchtis auf der Welt, die dafür sorgen, dass man selber als Hobbyspieler niemals die Spitze erweitern kann. Es ist nahe, aber es scheint, dass du irgendwie es geschafft hast. Sehr einfach! Piece of cake! Do not let it go to your head, fool! Was ist falsch? Hey! Was ist das? Hast du verloren oder was? Ein großartiger Drogen hat meine Stadt! Ein Drogen? Es hat meine Mutter und mein Vater und alle weg. Mwäh! 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 Ein Mwäh! Geseit vì, aber ich ich cards sie mit meinen eigenen Reichen. Mach kind! Mwäh! Eich f 60! Häng in da, Kiddo. Ich werde deine Leute zurückbekommen. Nur hier, da schlägt er mit der rechten Hand zu. Oh, fett. Oh, mein Schwert hat well done gesagt. Ach, schwere. Cheetah! Steppt. Hier auch. Spürt die Rach auf, wenn ihr gar nichts gemacht habt. Hier pass ich ein bisschen auf, was Sonic war. Denn zum Teil ist der Platz hier verbaut. Mit den Dingern zu grinden... Au! Ich werde überspringen. Das war auch. Ja, boah. Schwert. Schön anzusehen nebenbei. Was, eine Seelen. Keine Verwitzung oder so, so richtig sch... Oh. Hier bewacht die Truhe. Ich schnapp sie mir und tue nicht. Ja, 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 ja. Au, au, au! Lass mich los! Au! Das blöde Axel. Das blöde Axel. Oh, dann. Ach, du bist da. Ja, ja! Das ist ja noch nicht in der Wettbewerb-Position. Ja, du bist nicht in der Tramp-Serie. Jump! 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 Bitte! Was ist denn hier? Wow, da wollte ich reden. Es gibt andere Leute, die mit mir reden wollen. Das ist ja schon fast unheimlich. Viel zu labern hat er ja auch nicht. Dafür kriegt er mir eine Blume. Eine Blume! Noch mehr Müll! Ich kaufe keine Blume für mich. Der ist auch bei mir eigentlich nicht gekommen. Ja, bitte. Wir haben ja einen der Bücher, der mir ein Buch gegeben hat. Auch nur so etwas leise, keine Bücher. Ich kann sagen, wir sind. Da wollte ich jetzt auch wieder reden. Gebt mir was brauchbares. Ansonst wirst du sterben. Ein Buch. Ich muss das. Ich spiele den Nerven. Das war richtig. Oh! 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 Die Spiegel sind genau da wo man wegen diesen komischen Sprintwirbeln einfliegt. Die haben wir einfach so durchgelegt. Ich wünsche das ganz mal bei denen. Wir sehen das an sie gewitz. Zu lang fliegen. Aaaah. Nerven echt. Diese Sperrdidos haben die Wertung schon wieder versaut. Verdammt nochmal. Oh, Level up im Ritterstil. Gefecht, neue Regeln und Kampfmodus. Ebene der Titanen, neue Missionen. Galerien, neuen Film erlangt. Wappenteil in 2. So, Items. Hab ganz schön viele gekriegt. Oh, einige neu. Wie viel Neues kriege ich hier? Peak Ass. Anzahl an Beschwimmungspunkten leicht erhöht. Kettenarmband. Punkte für mehrfach getroffene Feinde in bestimmter Zeit. Also, Punkte für Seele. Das ist ja noch von Debo. Mehrrote Schleifen. Interaktionen mit Staffelwohnern vereinfacht. Bronzenarapia. Ja. Ja. Deko. Erstmal. Arthussage 2. Die wird noch wichtig. Kraut und Bebengift brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Neues Bucherland. Ja. Die Arthussage. Ja. Der Siegneber Sir Gawain. Da freu ich mich doch schon mal auf. Arthussage 3. Servus. Kommst du auf! Die Arthussage 3. Ich weiß. Ho! Du darfst mock Sir Gawain, Knight of the Round Table? An act most unwise, mein Freund. Wait, wait! Ich bin nicht versuchen, einen Krieg mit dir. Ich bin in eine cave, um ein paar Leute zu retten. Ah! Du kannst mich nicht mit deinen Lies. Keine Ahnung, du bist nach dem Dragon. Oh Mann, du klingst einfach wie der Knucklehead. Du hast den King Arthur gewidmet. Dieses Ort wird dein Geheimnis sein. Oh, dieser Ort soll mein Begräbnis sein. Jetzt hab ich aber Angst. Na ja, Knuckles ist Knuckles. Ob kommt Gegenwart oder Vergangenheit, erst dann bleib Knuckles. Der fährt so wohne ab. Ich darf auch gerne so fahren. Ich werde durch Gas abgeschossen. Der fährt dauernd ab das Nerven. Ja, jetzt. Jetzt hab ich jetzt einfach mal wieder rausgekommen. Oh, perfekter Absatz gezogen. Oh, jetzt hat er Aura. Ich bin super Session groß. Ah! Das kann ich besser machen.